scanner persönlichkeit bist du eine scanner persönlichkeit ein nicht nur vielseitiger sondern auch viel begabter mensch hat man dir immer wieder vorwürfe gemacht weil du so vieles beginnst und nichts fertig machst weil du dich oft schwer entscheiden kannst weil du so ein endlich viele interessen hast und auf deinem nachtkästchen immer mehrere angelesene bücher liegen und so weiter all das sind indizien für die scanner persönlichkeit und ich habe in meinem seelen fitness blog zwei artikeln und einen test zur scanner persönlichkeit die dir vielleicht freude bereiten wenn du selbst auch von diesem thema betroffen bist und da ein bisschen reflektieren möchtest vielleicht kann ich dir da den einen oder anderen denkimpuls geben es würde mich sehr freuen ich bin natürlich selbst von diesem phänomen betroffen allerdings kenne ich den begriff der ja von barbara schär stammt erst seit gar nicht allzu langer zeit aber ich weiß natürlich immer schon dass ich ein ja multitalent bin man kann auch böse ausdrücken ein hans dampf in allen gassen ist immer eine frage der selektiven wahrnehmung für mich ist die vielbegabung etwas faszinierendes und es ist nicht besser oder schlechter als die spezialisten das sind menschen die also eine ganz starke begabung haben wir haben nicht eine ganz starke sondern viele und ich denke es gibt es ganz wichtig in der gesellschaft dass es scanner gibt aber eben auch die spezialisten wir ergänzen uns ganz gut also wenn du ein bisschen mehr darüber reflektieren möchtest dann lass dich von meinen artikeln inspirieren ich setze den die links sind einige unterhalb dieses videos in die beschreibung und würde mich freuen wenn meine anregungen dir wohltun und dich zum weiter reflektieren verführen gerade wenn du scanner bist wirst du das erleben in die tiefe zu gehen